Ja, Herzlich Willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir dieses komische Buch in Sybarg mal erkundet und sind in der Unterwelt gewesen und wurden platt gemacht. Und ja, jetzt sind wir in Mythos Schloss, nächstes Part 150 und ich habe gesagt, zu ungefähr 150 werde ich mich den Level-Finalen-Kampf hier darum kümmern. Und ja, würde ich mal sagen, das hier sieht ein bisschen nach letzter Kampf aus. So, ich habe ein bisschen trainiert noch, so bis zu 70, 71, also jeder hat 70 bis auf Colette und Leute hat Level 71. Und dann ist mir noch nebenbei aufgefallen, ich habe so ab 996 ist mir so aufgefallen, dass ich kurz vorm tausendsten Kampf bin. Und ja, den besten tausendsten Kampf kannst du ja wohl nicht geben als den letzten Kampf, oder? Passt ja irgendwie. So, so wird meine Truppe aussehen und zwar Lloyd, Colette, Genneth und Rain. Ich wollte ehrlich gesagt Plissea anstatt Colette reinnehmen, aber irgendwie würde ich das komisch finden, wenn Colette nicht am Kampf teilnimmt gegen Mythos oder gegen was auch immer wir jetzt gleich kämpfen werden. Und ja, Level 70 später hoffentlich wohl ausreichen, habe ich noch irgendwas. Ich habe versucht irgendwie Rain's Nullify hier zu lernen, indem ich die ganze Zeit ein Dämonensiegel ausgerüstet habe und dann Nullify draufgeballert habe. Aber ja, hat irgendwie nicht so viel gebracht. Sie hat immer noch nicht Nullify gelernt. Und ja, unsere Synopsis sagt, der letzte Kampf, das wird wohl der letzte Kampf sein. Blank. Und ja, nach 150 Parts wollen wir ja auch mal sehen, wie das Spiel zu Ende geht. Ah, okay. Ja, das sieht schon eindeutig aus. Alles klar. Dann mal ohne große Umschweife los. Warpen. Okay. Mythos willkommen. Mache er sich bereit. Oder ich rausige. Okay. Okay. Ich bin ein Wettbewerb, ich bin ein Wettbewerb. Geh, ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Ich habe es bereits mitgebracht. Ich bin ein Wettbewerb. Wettbewerb! Das war so! Mithos! Mertel ist nicht mehr. Mach mal! Es ist für mich, nicht doch! Meine Eltern ist schon immer wieder alive. Ich habe mich noch das Gefühl, alsgeber zu den Kreuzus. Das ist nicht mehr so, dass ich im Nächsten. Das ist nur ein reamer K 수�vertreyer. Was ist das, was ich! Was ist das? Was ist das, was ich? Das ist die Welt, die ich in meinen Leben und die Elfse. Untertitelung. BR 2018 Okay, ach, dann ist die ältere Version von ihm gewesen. Ich glaube, das ist das Gefühl, dass man sich selbst verletzt und sich selbst verletzt und sich selbst verletzt und sich selbst verletzt. Das war's für mich. Wenn du dich nicht schlecht bist, dann kannst du dich sicher. Das war... ... das war so... ... ich... 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 ... die Verwaltungen sind gut. ... die... ... ... die... ... die... ... ich... ... ich... ... beide... ...a si. ... ... ... ... ... ... Ich glaube, dass es ein paar Monate lang dauert, dass es ein paar Monate lang dauert. Ich glaube, dass es nicht alles verabschiedet wird. Aber ich kann es nicht verabschieden. Ich glaube, dass es auch ein Jesus gibt. Das ist ein Jesus. Das ist ein Jesus. Das war's für mich. der isca letzter kampf keine ahnung stelle ich mir irgendwie nicht so vor irgendwas wird danach so noch kommen 55.000 ok und gegen licht immun so wie ich das hier damals und haben wir mal direkt rein und judgment abziehen in die nation christmas lichtmann da ist auch vollgebracht ja genug heilt sind so gut ist ja eigentlich kein problem stellen wir aber nicht vor dass der letzte kampf ist und wenn schon mal gut an reinsteigt tot ist ja jetzt bitte nicht auf meine eiler drauf gehen die ganze zeit ja super meine tp schon wieder so kriegt hat mit leuten hin so sehr gut nein nicht teleportieren teleportieren böse ich will die flügel von ihnen geil muss ich sagen so schön bunt das das ist ja rain du kannst ruhig ein du willst was was verdammt supi äh oh ja rain ist auch weg aber so wollte ich gar nichts machen mir geht schon wieder die tp auf das war so klar nein nicht judgment da ist ganz böse ich gehe so was von ihr drauf ja an einmal der die ganze zeit wie blöd am zaubern ist also action sehr gut holen es nicht gut immer irgendjemand irgendwas zu meinen ich gehe auf mich ich halte ich kann ab sehr gut so jetzt jetzt geben wir noch mal hier genau ich möchte da reinhauen spruch gelernt da finde ich gut dass du jetzt nur gefangen gelernt hast im letzten kopf danke rain oh nein indignation wow okay nein hier ein gegner ich gehe auch noch da reiben was ein gegner als letzten boss zu machen der nur zauber das ist schon ein bisschen übel wenn man ja so gut hier zauber verhindern kann mann hörst du auf damit hörst du auf damit nein äh hier boah das geht mir auch vernerven jetzt wie time stop nein ja super ey wie warst du noch noch nicht mehr viel sehr gut sehr gut hey komm mal her bringt es natürlich wieder jetzt sehr gut macht er hat sehr gut sehr geil nein warte warte ich weiß echt immer wenn man das rechtzeitig einsetzen kann das sein oh gott ich habe mich auch noch gekriegt ja absolut achso diese eis aber genau glaube ich jawohl war es das ach nee soweit ob salat feier die tausend jawohl tatsächlich was ok was zum teufel was bist du für den transformer ich weiß nicht was ich erwartet habe da habe ich nicht erwartet 60.000 ok solange du nicht die ganze zeit zauberst ist das bestimmt nicht so schlimm aber was auch praktischer rückzug ähm ich hätte die musik ein bisschen lauter stellen soll ich höre fast gar nichts ja 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 ich zeine dass ich immer so viel zauber äh tp verbrauche hilfe nein äh kolett nein äh hier ja das war grand cross ein dass sie ein bisschen ab super ja ist gut vergiftet den ganze zeit meine charaktere ja wer wohl ist klar aber trotzdem so oder rein danke nein nein wollte ich gar nicht machen dachte wollte ich machen und danach kommt nicht noch irgendwie 20 form weil wir gehen die wasser als lebens dann wird aus atlas was auf zauber einsetzen und die ich noch nie was gemacht hat oh nein äh bitte nicht sterben während des kaufschubs wäre richtig toll wenn ich wüsste wie man mystic arts einsetzt weil es wird mir ja verwehrt also was heißt ja verwehrt aber ich weiß es nicht ich habe noch nie irgendwie ein nicht ananas so jetzt mal sowas von indignation ein während eines kraftschubs also wieder hat so ah ja du bist auch nicht anfällig gegen die ganz ja ach man oh du bist anfällig gegen ok bock ähm au ich hab ich gerade du kannst ruhig ein bisschen weiter entfernt gehen oh gott meine gitte ist so schwer zu überleben in diesem spiel aber sehr gut ha ausgewicht heilig heilig hat sie erst angefangen zu zaubern dann setzt ihr item ein was ich muss sagen die phase ist ein bisschen einfacher als die vorhin auf ich habe mich ich habe und schon hat wird schon was auch wie blöd am zaubern finde ich ein bisschen doof aber gut ein bisschen noch denn es jawohl was ist was ist wir haben keine erfahrungspunkt und also was kommt bekommen also nehme ich mal an das war's dann würde ich mal sagen ich mache hier einen schnitt und wir sehen uns vielleicht in der nächsten folge von let's play this is the phone die corticals edition ich bedanke mich alle herzlich zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge ja ok na heute geht jetzt Vielen Dank.